Willkommen zurück, verehrte Zuschauer, zu einem weiteren Warhammer Total War Online Letter Game. In dieser Runde habe ich, wie Mistakes rechte Hand mich darauf hingewiesen hat, mal auch wieder ein paar andere Armeen genommen. Beziehungsweise ich wollte einfach ein paar andere Armeen mal ausprobieren, um Abwechslung reinzubringen. Und deswegen habe ich hier die Tiermenschen gewählt. Mein Gegner nahm eine Armee der Waldelfen. Relativ wenig Einheiten. Ich gehe davon aus, es sind schon einige Treekin dabei. Vielleicht auch fliegende Einheiten. Meine Armee ist so konzipiert, dass sie sehr viele relativ schnelle Einheiten hat, wie diese Razor Gorehards. Obwohl 50 jetzt nicht so schnell ist, aber um die gegnerischen Elfen, schnelle berittene Elfen zu fangen, sind die Warbees da, die sie festhalten sollen, damit die Razor Gores nachher reinlaufen sollen. Die Frontlinie aus Gorehards soll sich auf den Gegnern zubewegen. Ich stelle mich mal, würde ich mal sagen, hier auf. Die bewegen sich einfach auf ihn zu. Wir versuchen dann auch mit diesem Bray Shaman, der die Todessprüche hat, die gegnerischen Einheiten zu vertreiben, sobald der Kampf eröffnet ist. Ich hoffe, das funktioniert. Und meine ganzen Hunde und Razor Gons sollen ihre schnelle Einheiten fangen. Und wir werden sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es könnte auch ganz übel nach hinten losgehen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal das Beste. Ich denke mal, mit vier Einheiten dieser Hunde kann ich auch ein, zwei Einheiten eventueller Wild Riders niedermachen. Und vor allem, wenn die Razor Gons anschließend als Unterstützung hinterherkommen. So, Gruppe 4, Gruppe 3. Nein, es funktioniert leider nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Was hat er mitgebracht? Spellsinger mit Flock of Doom. Oh, 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 oh. In dem Fall auseinander. Auseinander mit allen Truppen. Er hat allerdings nichts weiter dabei. Das heißt, sein Flock of Doom alleine würde ihm wenig bringen. Hier hat er Orion dabei. Uh, Nahkämpfer. Ein Hybridlord. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Was ist sonst noch dabei? Haufenweise Wardancers. Die werden sicherlich niedergemacht von meinen Razor Gores. Einige Hackbane Tipps. Nicht per Unorn Piercing. Werden trotzdem Schaden machen. seine Rückendeckung sind Eternal Guards. Interessante Kombination. Mal sehen, wie das funktionieren wird für ihn. So, ich stelle meine Truppen erstmal ein bisschen weiter auf. Leider hat er sich hier jetzt ein bisschen erwischt. Aber es ist nicht so schlimm. Die Truppen sind eh nicht so teuer. Was wir machen ist, wir erledigen Orion so schnell wie möglich. Mit unseren, ähm... Na, wo seid ihr? Kommt nach vorn mit euch. Ich greife hier vom Hügel herunter raus ab. Äh, an. So, um seine Formation ein bisschen durcheinander zu bringen. Und wenn er hier diese blöden Chaos Warhounds mit Poison ein bisschen beschädigt, ist mir das auch ziemlich wurs, muss ich sagen. Ich gehe mit allem, was ich habe außen rum, um ihn möglichst von vielen Seiten gleichzeitig Probleme zu bereiten. Hier versucht er jetzt auf mich zu werfen mit Orion. Und wir werden ihn schön nervös machen mit diesen ganz billigen, ganz billigen Chaos Warhounds. Wahrscheinlich hat er bald wieder ein Flock of Doom übrig. Ja, da kommt eins. Und das ist alles gar nicht so tragisch. Alles gar nicht so tragisch. Wir dürfen nur nicht in Panik geraten. So. Jetzt beginnen wir hier mal unsere Angriffe. Und ihr geht sofort auf Orion. So, alle los. Die Bogenschützen sind schonmal gestoppt. Hier kommt die nächste Einheit. Hier rein, Charge Bonus. Großmuh Orgo auf das Shadow Grave. So, und jetzt bitte Chaos und Terror verursachen. Und wenn diese Einheiten fliehen, sobald die Einheiten fliehen, ist seine ganze Linie, bricht seine ganze Linie auseinander. Und ich kann den ganzen Kram mit ein paar billigen Spirit Leech of Orion, damit er auch wirklich weg ist. Hier bekommen die ganzen Buffs. Und jetzt laufen wir mit unseren Hunden seinen ganzen Einheiten hinterher, die flüchten. Wir kämpfen hier gar nicht weiter, wir fangen einfach seine Einheiten ein. Lauf bitte weiter ihm hinterher. Hier wird gerade eine Einheit Wardancers niedergemacht. So, Orion muss fallen. Okay, du brauchst hier nicht hinterherlaufen. Aber ich kann dich benutzen, damit ihr sie fangt. Ihr fangt hier hinten die Einheiten. Du bleibst mal bei deinem Chef. Oh, Orion hat sich wieder gefangen. Uh, uh, uh. Das wollte ich nicht. Das verärgert mich tatsächlich ein wenig. Aber gut, ich kann noch eine zweite Einheit Chaos-Bonds beschwören. Insofern alles kein Problem. Und diese Wardancers sind gar nicht mal so übel. Gar nicht mal so übel, Jungs. Aber Orion ist tot und damit ist jetzt die ganze Moral seiner Einheiten zusammengebrochen. Und ich habe diesen Sieg davon getragen. Puh, also. Ich habe diese Tiermenschenarmee eigentlich nur mal ganz kurz so zusammengeworfen. Und habe nicht wirklich darüber nachgedacht, was ich jetzt mitbringen sollte. Außer ich wusste, dass ich halt sehr viel Beweglichkeit brauche. Und wie ich aus den letzten Spielen beim Questing Cup gelernt habe, hilft es immer, Ruhe zu bewahren. Dann castet der Gegner halt ein, zwei Flop of Dooms auf euch. Solange es nur eine einzelne Einheit ist, die von euch betroffen wird, ist das alles nicht so tragisch. Und um sich ein bisschen Zeit zu lassen, den Gegner zu umrunden, hat hier auf jeden Fall den Sieg gebracht. Trotz allem GG an Baboto. Und ich werde euch weiter mit, ab jetzt mit etwas abwechslungsreicheren Spielen, verschiedene Armeen beglücken. Es sei denn, irgendwelche Fokus-Armeen werden gewünscht. Falls es euch gefallen hat, liked und subscribed. Ich freue mich. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.